Weil du das erste Mal auch mit uns zusammen im Wohnzimmer gezockt hast, ne? Ja. Ja, der Kevin hat sich gestern gezeigt. Also falls ihr den Kevin noch nicht gesehen habt, habt ihr es verpasst. Weil der wird es wahrscheinlich nicht nochmal zeigen. Ja. Moin, ihr Zimmerster und Zimmersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Jump World. Heute zusammen mit dem lieben Unge. Hallo. Mit dabei und gerade auch live im Livestream. Denn der läuft ja 30 Tage. Könnt ihr direkt mal vorbeischauen. Unten in der Beschreibung ist der Link. Swag. Swag. Pass auf. Das ist klar. Ich gebe dir noch einen Tipp. Mach slash MSG. Dann sind deine Privatnachrichten deaktiviert. Hab ich schon gemacht vorher. Ah, du bist ja ein cleverer Fuchs. Okay, ich würde sagen, mach einen Counter und dann geht's los. Okay. Und wir spielen vom lieben Frygamer24 die Karte. Und ich würde sagen, in 3, 2, 1 geht's los. Digga, du denkst, du hast eine Chance? Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Da unten ist falsch. Ne, das ist richtig. Doch. Ja, hier ist richtig. Weil das mit dir ein Jump Boost. Oh nein, Leitersprung. Scheiße. Selbst Sun ist da die Leitersprünge besser als ich. Ne, du hast da, soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Geh mal auf die andere Seite vom Baum. Da ist das viel einfacher. Ja. Auf jeden Fall. Okay, da hättest du vielleicht besser schauen müssen. Ja, da hättest du auf jeden Fall besser schauen müssen, du kleine Rabauke. So, Moment. Oh nein. Oh doch. Alter, okay. Die ist ganz schön groß, die Karte. Ist die groß? Ja. Woran siehst du das? Ja, wenn man nach oben guckt, ey, guck mal, was da alles ist. Ich hab ne Nackenstarre, ich kann nicht nach oben gucken. Ah, okay. Ich muss mal ganz kurz meine Facecam unten in die Ecke tun, weil da sind so wieder so lustige Spammer, die alles voll spammt. Das ist auf diesem Server, das ist wirklich der Server, wo am meisten meiner Meinung nach so im Chat gespammt wird. Aber wahrscheinlich auch, weil das der einzige Server ist, wo man den Chat immer liest, in jedem Spielmodus. Also normalerweise bei GOMS zum Beispiel ist es ja so, das ist ja so, da ist es ja, wenn du in der Lobby bist, dann siehst du nur die 24 Leute, die zum Beispiel mit dir in den Survival Games drin sind oder so, weißt du? Ja. Aber hier siehst du immer alle. Ja, das ist richtig übel. Und das ist irgendwie, also jeder kann irgendwie hier rein. Deswegen gibt es hier so viel Spam. Müsst du irgendwie auch ausstellen können, vielleicht kann man es auch spielen, einfach so doof. So. Das kann auch sein, ich muss vielleicht ausstellen. Okay, bisschen, bisschen. Bisschen, was? Bisschen fast bist du. Ach, bisschen fast. Bisschen fast bist du. Was ist das für ein Schild? Bisschen fast bist du. Wir haben jetzt, wie viele Tage sind wir jetzt schon im Livestream, Kevin? Boah, ich glaube, warte, wann haben wir angefangen? Donnerstag, letzte Woche, ne? Wir haben letzte Woche angefangen. Ne, Freitag haben wir ja angefangen, ne? Wir haben Freitag angefangen, ja. Aber ich meine, wir sind jetzt für einige Tage dran, ne? Wie fühlst du dich so? Boah, ich fühl mich eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ich fühl mich ein bisschen kaputt, aber ich hab jetzt nicht unbedingt den Erholsatz und Schlaf heute Nacht gehabt, aber ich muss auch sagen, ich find's richtig geil. Also ich hab mir schon was überlegt, was ich gerne zu Hause machen würde. Ich würd mir gerne zu Hause so ein Streaming-Setup einrichten, wo ich dann auch irgendwie immer jeden Tag einfach einen Stream anschweißen könnte, theoretisch. Weil ich find das mega geil. Ja, ich find das auch richtig cool so, wie das für ein Livestream auf jeden Fall organisiert ist. Ja, macht mir mega Spaß. Also ich muss ehrlich sagen, am meisten Spaß hat mir gestern gemacht, so mit der Wii U das zu zocken und so. Ja, weil du das erste Mal auch mit uns zusammen im Wohnzimmer gezockt hast, ne? Ja. Ja, der Kevin hat mich gestern gezeigt. Also falls ihr den Kevin noch nicht gesehen habt, habt ihr's verpasst, weil der wird's wahrscheinlich nicht nochmal zeigen. So, was hab ich denn hier? Bist du schon an der Stelle vorbei, wo man schnell laufen muss? Äh, ja. Ich bin da noch. Hä, an welcher Stelle denn? Oben, da sind auch diese, äh... Regenbogen? Ne, ne, aber Regenbogen nicht, davor noch. Davor noch. Davor? Bei diesen grünen, äh, Tonblöcken, da bin ich noch. Also, ich bin schon, ich bin schon achtmal durchs Level durch. Alles klar. Du bist aber gar nicht schlecht im Jumpman eigentlich. Weil gestern hab ich mit dir gespielt und du bist eigentlich gut abgegangen. Aber deine Schwester in Leitersprung oder was? Ja, Leitersprung auf jeden Fall. Also so rumspringen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier langen muss. Okay, das ist easy jetzt. Versuch gerade, ob ich hier eine Abkürzung finde. Ich lese natürlich gerade, ich bin zwar live, Leute, aber ich lese natürlich jetzt keine Renations vor, weil Kevin ist ja gerade in der Aufnahme. Ne, also damit du Bescheid wirst. Ich sehe die, aber ich lese die nicht vor. Weil das ist sonst für Kevins Aufnahme ein bisschen viel reingelabert, wenn ich die ganze Tage, ah ja, er hat das Donated und so. Also ich finde die Karte bis jetzt eigentlich richtig gut gebaut, auch wenn ich jetzt hier nicht alles direkt schaffe. Ne, ist echt schön gebaut, aber warum, warum schaffst du es nicht? Was hast du für Probleme, Kevin? Ich muss erstmal reinkommen. Was ist eigentlich dein Problem, Kevin? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Alles klar. Ich frage mich auch nach heute Morgen, was dein Problem ist. Boah, heute Morgen soll ich das erzählen? Viele Leute, die nicht dabei waren. Alter, ich habe heute Morgen einfach richtig angefangen, am Schlaf zu reden, aber nicht irgendwie so, irgendwie so ein bisschen so, sondern ich habe richtig angefangen zu schreien, so, lasst mich, ja, wer flüstert denn da und so. Ich hoffe, sowas kommt jetzt, ich hoffe, sowas kommt. Lass es, Digga. Digga, lass es. Also, das bereue ich jetzt, dass ich im Wohnzimmer geschlafen habe. Aber andererseits, es ist ja geil. Genau sowas. Ich glaube, für die Leute, die da waren, war es auf jeden Fall ein sehr hoher Auteil. Du, ich schwer. Kevin, siehst du die ganze Zeit den Chat für die Leute, die die ganze Zeit spammen? Ja, ja, aber mich stört das nicht. Ich achte einfach gar nicht drauf. Die wollen sich in eine Aufnahme schmuggeln. Oh, ich will jetzt weiter. Okay. Alter, das ist echt mega, mega lang. Wo bist du denn gerade, sag mal? Ich bin jetzt gerade da, wo diese... Ach, ja, ja, ich bin hier. Ich habe ein bisschen langsamer gemacht. Ich bin nicht so weit weg von dir. Ich mache gerade die ganze Zeit ganz gemütlich. Ich habe gedacht, vielleicht holst du mich ja dann ein. So, jetzt müssen wir hier hoch. So, wenn die so um den Baum herumgehen und ich bin auf den Leitern drauf, das geht. Aber was ich halt hasse, wenn ich so um die Ecke springen muss, um an die Leiter dran zu kommen. Mist, ich bin den falschen Weg gegangen. Kämpfer hat mich überholt. Oh, ich habe es geschafft. Loil. Gigi. Na geil, ey. Die ganze Zeit in Führung. Aber was passiert? Ergänzt dich den Win. Ja, Gigi, auf jeden Fall. Alles klar, dann würde ich sagen. Erstens siegelt an dich. Lass noch eine dranhängen, oder? Okay, wollen wir noch eine dranhängen? Können wir machen. Ja, denke ich so schnell. Warte, ich muss noch einmal ganz kurz das auch fertig machen hier. Ach, nicht, shit. Falsch. Ach, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Auf dich war ich auch nicht mehr mein Freund. Ich sehe dich meistens gar nicht, weil ich habe immer eingestellt, dass ich niemanden sehe. Aber stell doch ein, dass du mich siehst. Das ist viel lustiger. Dann kann ich wenigstens den Weg rumlaufen, finde ich toll. Dann werde ich immer so nervös. So. Da war aber eine, von der Realität her war es eine gute Map. Sprünge waren sehr gut. Optik war auch sehr gut, ja. Ich fand die Karte auch sehr geil. So, jetzt können wir aber mal nach ungestreamt schauen. Also für alle Leute, wenn ihr Bock habt, auch Karten für den Livestream zu bauen, einfach in ungestreamt benennen. Und ja, dann kann es sein, dass eure Karte auch dran kommt. Ich weiß nicht, ob eine Film, die ja oft gespielt wurde. Wenn man fragt im Chat, heißt es G-Time Kevin? Was? Hier ist eine ungestreamt. Vier Wege. Okay. Ich würde sagen, die spielen wir mal. Hört sich irgendwie interessant an. Vier Wege, okay. Drachenkampf? Ach nee, Jump'n'Run des Tages ist Drachenkampf. Oh, das will ich dann gleich beim nächsten Video spielen. Okay, sehr gut, sehr gut. Das hört sich richtig geil an, Drachenkampf. Ja, hört sich gut an. So, er lebt noch. Keine Ahnung wie lange. Ja, noch 5%, 6%, 3% und los. Du siehst sie, okay. Ich habe die gar nicht gesehen, die Prozente. Mhm, die hast du eigentlich mit einem Bild hängen. Okay. Vier Wege, okay. Ey Kevin, du musst aber jetzt Dinge jetzt anmachen. Mach mal Spieler jetzt an. Bei Sichtbarkeit. Mach auf den ersten Punkt alle. Alle? Oder sind sie nur Freunde? Ja, okay, oder nur Freunde, warte. Nur Freunde. Ja, wir sind gar keine Freunde. Ach so, wir sind gar keine. Okay, dann mach ich alle. Okay, welchen Weg sollen wir nehmen? Du entscheidest, okay? Nein, nein, wir gehen zwar verschiedene Wege und gucken, wer gewinnt. Okay. Warte, ich muss da eben Schilder durchlesen. Sehr leicht, leicht. Ein Labyrinth. Sehr leicht bis leicht. Sehr leicht. Sehr leicht. Alle Sprünge, Wege sind machbar. Sehr leicht bis leicht. Hä, alle Wege sind leicht bis leicht. Okay, ich nehme den hier. Welchen, welchen? Warte, so ich den hier. So, ich sehe, dann nehme ich den genau gegenüber. Okay. Zählst du runter, oder soll ich? Warte mal, nee, warte mal. Es gibt scheinbar verschiedene Wege für verschiedene Leute. Guck mal. Der Turm hier, der ist für Nilo. Ah, okay. Das hier ist der Bereich für... Guck mal kurz, welcher Bereich für dich und welcher Bereich für mich ist, weil dann gehe ich meinen. Ah, da hinten ist dein. G-Times Abenteuer, hier. Das ist G-Times Abenteuer. Ja, und das da hinten ist deins, wo ich reingehen wollte. Ah, sehr gut. Dann lass uns unsere eigenen machen. Oh, richtig geil gemacht, die Karte, ne? Ja, das ist ja auch ungestreamt, Karte. So, okay. Du gehst in G-Times Abenteuer, ich gehe in Simons Abenteuer. Okay. G-Times Abenteuer, ja. Okay, nice. Oh, hier ist direkt ein Einhorn bei mir. Bei mir ist ein Dschungel. Ah, das Gute ist, die Zuschauer bei dir, die hören das jetzt, ne? Aber die sehen jetzt auch nicht, was bei mir passiert gerade. Ja, also, ihr müsst euch schon Kevins Folge angucken. Ja. Wenn ihr G-Times Abenteuer sehen wollt. Schau nach oben. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh Mist. Alter. Der Typ hat auf jeden Fall den Livestream geguckt. Bitte von einem Flugzeug zum nächsten. Ah, ich muss doch durch, ich muss doch über, mit Flugzeugen über den Dschungel. Hä? Mist. Ich bin rumgebackt. Mist. Okay, weil meins ist nicht so einfach. Ich muss nämlich drei Enderperlen genau perfekt werfen. Ich habe nur drei Enderperlen und muss die alle so werfen, dass ich auf dem nächsten Flugzeug lande immer. Okay. Fuck. Merke dir, die zahlt zwei. Okay. Ich habe aber keine Enderperle mehr. Mann. Okay, bei meinem komme ich nur weiter, wenn ich alle Enderperlen perfekt werfe. Das ist richtig scheiße. Weil Enderperlen ist bei mir so eine Sache. Die behalte ich nicht so gut. Yo, ich muss auch was mit Enderperlen machen. Digger. Wenn wir einen Enderperlen nehmen, ist das vorbei. Ich muss die Zahl zwei merken. Scheiße. Ich muss die auch perfekt werfen. Ich glaube, ich habe nur in etwa das gleiche wie du jetzt. Ich muss mich von Flugzeug zu Flugzeug schmeißen. Hä? Achso, das muss ich aber auch machen. Ja, dann haben wir in etwa das gleiche. Warum Unge und Co. Nilo immer. Achso, warte. Hä? Das Quiz. Ich muss nur ein Quiz machen. Warte mal. Warum Unge und Co. Auch wenn es nur Spaß ist. Nilo immer. Weil es Nilo. Weil ein Hund im Büro. Oh, schwierig. Äh. Ein Hund im Büro. Ja. Okay, war richtig. Drei. Welche Zahl solltest du dir merken? Ah, ich sollte mir die zwei merken. Ein Hund im Büro? Fragezeichen. Ich habe deine Finger, deine Schulter und deine Socken gesehen. Ach, wenn du durch bist, dann kommt das Schild. Mit deinen Schild. Fingern und Socken und sowas. Warum? Deiner klebrigen Weile. Auch wenn es Spaß nur Spaß ist. Da kam so ein. Du musst ein Hund im Büro machen. Ja, ich habe hier gar keine Schilder hängen. Wieso zwei Lavalöscher einfach nur? Ja, du musst. Der Teleporter ist aus. Du musst in das Büro, sagt dein Hund im Büro. Ja, das hat er gar nicht. Mit Werbung? Ohne Werbung. Ich gehe mal mit Werbung rein, weil ich das Map ganz cool fand. Ich habe es geschafft. Welche Zahl solltest du dir merken? Die drei. Ich habe es geschafft. Ich fand es. Ich glaube, ich sehe dich auch. Von der Realität her fand ich es. Sie ist etwas komisch. Geschichte ohne Geschichte. Ich fand es durchweg gut. Für sehr gut hat mir ein bisschen was gefehlt, muss ich sagen. Ich sehe dich, glaube ich. Von der Optik kann man sagen, war es sehr gut. Ich fand es auch nicht schlecht. Ja, von der Optik fand ich es sehr gut und er ist gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, Leute, das war es mit einer weiteren Folge Jump World. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Action, einfach den Livestream vom lieben Simon einschalten. Und der ist ja jetzt noch lange, lange Zeit online. Da werdet ihr auf jeden Fall jede Menge lustiger Dinge zu sehen haben, glaubt es mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, und sorry an dieser Stelle, dass ich so vielleicht ein bisschen nuschle oder so. Ich fühle mich irgendwie... Bisschen... Ja, ich würde es bescheid. Tschüss.